servus freunde und herzlich willkommen zurück bei einer neuen listen hier in unserem let's code swift wir sind weiterhin beim thema optionals und jetzt geht es um die sogenannten implicitly unwrapped optionals das hört sich mächtig an ist aber gar nicht so schlimm und so kompliziert wie es sich vielleicht anhören mag im endeffekt ist steckt schon sehr viel in der bezeichnung drin und um zu erläutern worum es geht fange ich einfach mal mit einem beispiel an ich nehme wieder ein schönes beispiel gerade mal das mittel name ja er kennt ihr ja noch aus den letzten lessons das ist ein optional vom typ string so packen was rein haben wir ja schon kennengelernt wissen also ob schon jetzt können will sein und so weiter das hole ich jetzt nicht noch mal alles aus dafür gibt es ja die anderen lessons und besetzt haben wir kennengelernt dass wir optionals mithilfe dieses fragezeichens deklarieren und wissen auch hier mal einen print wenn man so ein optional also den wert eines optionals nun auslesen möchte und verwenden möchte dass man so ein optional mithilfe des ausrufezeichens entpackt ja also in dem fall schreibe ich mit dem name lautet so und möchte jetzt eben den wert dieses optionals ausgeben dann muss ich das optional angeben anschließend ein ausrufezeichen setzen und damit wird das optional entpackt ja wir wissen auch dass man das normalerweise nicht zu tun sollte sondern vorher prüfen sollte ob das optional auch tatsächlich einen wert besitzt in dem fall weil es ja offensichtlich ist dass ein wert besitzt sei das mal dahingestellt ja darum soll es nämlich auch gerade nicht gehen aber nur um das noch mal klarzustellen aber das ist so das typische vorgehen das kennen wir ja bereits dass wir eben um auf den wert eines optionals zuzugreifen das mit ausrufezeichen entpacken müssen und das wird als sogenanntes forest an wrapping bezeichnet warum weil wir eben hier dies diesen entpack vorgang forcieren wir sagen ganz klar wir möchten das optional entpacken ja das passiert irgendwie nicht automatisch sondern wir sagen explizit mit diesem ausrufezeichen ja ich möchte den wert dieses schnitz haben das ist eben das forst an wrapping und das ist der standard bei optionals so wie wir es auch kennengelernt haben aber es gibt noch eine zweite variante und das sind die implicitly an red optionals und um das zu demonstrieren ich kommentiere das gerade mal aus stelle ich mal diese beiden varianten gegenüber ich bin die auch mal passend dazu erstelle ich zwei konstanten die erste nenne ich forst an red option das ist die variante wie wir sie bisher kennen ich mache da einfach auch mal wieder ein string draus der ist optional so nennen das einfach mal forst an wrapping das ist ja äquivalent zu dem was wir gerade gemacht haben das kennen wir schon das ist ein optional vom typ string ja unter dem wir eben diesen wert forst an wrapping zuweisen und jetzt kommt eben das interessante das ist auch was wir jetzt erstellen ist auch ein option also auch eine ich mach mal ich mach meine variable daraus an der stelle bei beiden als auch eine variable die nil entsprechen kann aber die deklaration machen wir ein wenig anders es soll auch wieder nur werte vom typ string entgegennehmen können diesmal deklarieren wir das ob schon aber nicht mithilfe des fragezeichens sondern mithilfe des ausrufezeichens das kennen wir ja schon das haben wir hier beim entpacken verwendet das können wir aber auch bei der deklaration eines optionals verwenden was das bringt sehen wir gleich ich weiß einfach mal noch mehr zu implicit an wrapping und was wir jetzt zunächst einmal hier haben das sind zwei optionals punkt also dass da ist schon mal kein unterschied das sind beides optionals das heißt beide können will entsprechen ja also ich kann sowohl dieser diesem forst an wrap optional als auch dem implicit an wrap optional kann ich problemlos will zu weisen das geht beide sind optional das ist so deklariert der unterschied besteht eben nur darin das ist ein forst an wrap optional und das ist ein implicitly an wrap optional so aber was heißt das jetzt eigentlich ja jetzt haben wir diese beiden begriffe hin geschmissen haben zwei optionals auf unterschiedliche art und weise deklariert sehen dass die sich auf den ersten blick total ähnlich halten was ist also der unterschied der unterschied besteht im umgang mit implicitly an wrap top schnell sind das möchte ich einfach mal demonstrieren indem ich jetzt hier oder wir machen das anders ich schmeiße mal die nil zuweisung hier gerade weg und erstelle jetzt mit ein bisschen abstand eine neue variable nennen die es string vom typ string hier auch liegt die betonung darauf das ist kein option ja also string muss immer einen validen wert haben anders kann man damit nicht arbeiten wenn man jetzt string hier den wert von forst an wrap optional zu weisen wollte dann könnte man nicht hergehen und sagen es trinken ist gleich rumpf forst an wrap optional das würde nicht funktionieren warum weil forst an wrap optional ist eben ein ob schnell es könnte nil entsprechen das sagte die deklaration es trinken aber nicht es trinken ist nicht optional deswegen ist so eine zuweisung nicht möglich was natürlich möglich ist ist zu sagen okay ich entpacke hier diesen wert wir wissen ja dass an der stelle forst an wrap optional einen wert besitzt und damit erhalte ich natürlich einen wert vom typ string der ist nicht optional das ist ein string der ist da und den weise ich hier ist drin zu hier drüben sagt das aufmachen nur dann sehen wir auch sehr schön ja string entspricht jetzt post an wrapping also dem wert dieses optionals aber damit das eben funktioniert müssen wir das ob schnell an dieser stelle explizit entpacken wenn wir gerade gesehen tun wir das nicht kriegen wir einen error weil das funktioniert eben nicht das ist ein optional und das können wir nicht einfach so einem nicht optional zu weisen sondern wir müssen hier explizit einen wert anwenden und genau da kommt der unterschied zum tragen im vergleich zu den implicitly an wrap optional denn wenn wir nun hier unser implicit an wrap optional übergeben was wir mit dem ausrufezeichen deklariert haben dann brauchen wir dann an dieser stelle nicht zu entpacken wir sehen auch direkt es wird erstens kein fehler mehr gefeuert das ist schon mal sehr positiv nun zum anderen erhält string jetzt den wert implicit an wrapping und das ist eben das deswegen auch dieses implicit an wrapping also dieses implizite entpacken so ein implicitly an wrap optional da wird automatisch beim zugriff darauf direkt der wert ausgepackt wir müssen also nicht mehr explizit hergehen und das ausrufezeichen setzen wenn wir den herr wert haben wollen sondern wenn wir auf diese option zugreifen wird direkt der wert ausgelesen das ist aber natürlich auch ein bisschen tricky muss man jetzt klar sagen an dieser stelle denn nehmen wir mal an implicit an wrap optional wird jetzt hier nil zugewiesen dann für das hier jetzt natürlich zu einem crash zu einem absturz denn jetzt weisen wir hier ist drin was kein optional ist nil zu an der stelle ja und im endeffekt wir führen hier generell ein crash dabei denn wir greifen auf implicit und optional zu auf ein optional das keinen wert besitzt und entpacken ist denn das ist eben der punkt so ein implicitly an wrap optional wird umgehend entpackt wenn wir darauf zugreifen ja es wird quasi davon ausgegangen wenn wir es verwenden das ding hat einen wert es wird automatisch entpackt wir sparen uns das ausrufezeichen aber da muss man auch höllisch vorsichtig sein denn sollte es ist ja weiterhin optional es kann nil sein und entspricht es nil und wir greifen darauf zu und es wird automatisch entpackt dann haben wir genau wie beim entpacken eines explicitly an wrap optional mittels ausrufezeichen haben wir dann eben einen fehler erzeugt und es kommt zum absturz darauf muss man eben einfach achten wir sehen hier jetzt eben den besten fall hier wird implicitly an wrap optional direkt entpackt es ist aber nil und deswegen funktioniert das nicht und wir haben hier den absturz darauf muss man eben wie gesagt höllisch aufpassen ansonsten davon abgesehen nimmt eben ein einfach so ein implicitly an wrap optional viel arbeit ab weil man nicht mehr jedes mal dies auf ausrufezeichen setzen muss stellt sich natürlich die frage wann macht es sinn so ein explicitly an wrap optional und wann ein implicitly an wrap optional zu verwenden generell wenn man auch noch doch der dokumentation von apple geht gibt es so ein typisches einsatzszenario wann man typischerweise ein implicitly an wrap optional verwendet und zwar immer dann wenn so ein optional wenn ihm einmal ein wert zugewiesen wurde davon ausgegangen wird dass es auch immer einen validen wert besitzen wird sprich also eine variable die am anfang noch nil sein kann aber spätestens wenn sie das erste mal einen wert erhält dass dieser dann auch nicht mehr zu einem späteren zeitpunkt nil sein wird das ist so der typische einsatz von implicitly an wrap optional wo man eben sagt okay in dem fall verzichtet man auf das explizite entpacken per ausrufezeichen sondern greift direkt auf die zu und hat so den entsprechenden wert also das typische szenario wird zum beispiel oft bei klassen verwendet wo man eben sagt okay die werden jetzt erstmal grundlegend initialisiert wir haben aber ein paar parameter die erst zu einem späteren zeitpunkten wert bekommen einige properties und dann aber sobald ihr einen wert haben wird der auch feststehen und wird nicht mehr nil sein und dann deklariert man die gerne als implizitly an wrap optional weil man eben weiß okay die sind optional die haben zu beginn will aber wenn sie meinen wert haben dann wird er auch nicht mehr nil sein das ist eben so das typische einsatzgebiet davon nichtsdestoweniger es bleiben optionals ja egal ob jetzt per fragezeichen oder ausrufezeichen deklariert das sind beides optionals beide können sein man kann beiden zuweisen und wie gesagt deswegen gilt einfach bei der arbeit mit solch implizitly an web optionals eben besondere vorsicht dass man eben darauf achtet wenn man die verwendet das wird sofort entpackt und wenn ihr daneben nil sind hat man sofort den crash man kann aber im blister die andere optionals auch genauso verwenden wie die explizitly an wrap optionals das bedeutet man kann die auch gegen nil prüfen ja das heißt wie in dem fall um auf nummer sicher zu gehen kann man vorher eine frage machen im blister an wrap optional not nil dann führe diesen fehl aus dann ist man auf der sicheren seite denn das prüft wieder gegen nil ja wir müssen zwar hier nicht entpacken explizit mit dem ausrufezeichen bei diesem optional aber wir prüfen vorher ob es nil ist oder nicht das bedeutet diesen crash den ich gerade provoziert habe der kann uns jetzt nicht mehr passieren denn sollte jetzt im blister 100 option wirklich nil sein dann wird dieser code gar nicht ausgeführt dass du die eine möglichkeit und wir können auch optional bein ding ebenfalls mit im blister an wrap optionals verwenden das ist auch gar kein problem das heißt blub blub als beispiel man kann hier wunderbar sagen if let ist einfach nur implicit und weisen dem dieses ob schnell zu kann man auch genau so tun ist mit dem blister an wrap optionals ist mir gerade gefallen entfallen genauso möglich wie mit den anderen optionals auch also das ist gar kein thema an dieser stelle so ach so hier wird mir gerade ein fehler gefeuert weil ich hier den falschen zeichner verwendet habe jetzt sollte alles gut sein ja sieht so aus genau was machen wir das mal wieder weg dass wir auch sehen dass ich was tut und sehen jetzt ja jetzt wird das ganze wieder aufgerufen in dieser temporären konstante die wir bei optional bein ding erzeugt haben steckt der wert von im blister und wird string zugewiesen in dem fall also das wird einfach die crux im blister egal ob jetzt explizit entpackt per ausrufezeichen oder implizit automatisch wenn man darauf zugreift ob schnell ist ob schnell mehr also alles was mit optional geht geht mit beiden varianten egal ob per fragezeichen oder ausrufezeichen deklariert der einzige unterschied besteht eben darin wenn sie per ausrufezeichen deklariert werden dann werden diese optionals immer direkt entpackt wenn man sie verwendet und darauf zugreift ja dann wird sofort eben der wert ausgelesen und dann gilt es eben einfach aufzupassen wenn man sie dann verwendet dass dann einfach sichergestellt ist dass sie einen wert besitzen das ist eben so die voraussetzung wir werden damit auch ich habe ja schon eben angedeutet so der typische anwendungsfall ist dann auch bei klassen oder structure also bei eigenen typen wichtig da werden wir dir auch noch mal mehr im detail sehen eben auch mehr einsatz szenarios sehen wo sie wirklich wichtig sind hat dann auch mit der speicherverwaltung zum teil zu tun wo das dann durchaus zum tragen kommen kann aber für den moment hat man einfach mal gesehen was sind im blister an und optionals wie unterscheiden sie sich von den normalen optionals wie verwendet man sie und haben das jetzt mal so durchgewuckt an der stelle ok freunde das war's dann für diese letzten ich hoffe ihr habt spaß und hoffe es geht euch gut und ihr habt eine schöne zeit und freue mich dann natürlich wenn wir uns an der nächsten erstens wiedersehen in diesem sinne ganz vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal freunde ciao